Haben wir einen Traum. Gut gemacht, oder? Sehr lecker. Sehr lecker. Soll sie die Wurst nicht verkaufen? Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, bis Gott, schön. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Gibt's da Conchitas? Ja, natürlich gibt's die. Das ist ja toll, ne? Ja, das ist unser Herr Pfarrer. Eure Geistlichkeit möchte natürlich sofort das Leckere haben. Gute Verkäuferin, hoffe ich. Vielen Dank. Danke. Ich bin ganz neu hier. Ja, ich glaube, ich werde den Laden bald übernehmen. Wenn ich was sagen darf. Für den Joe suchet man eh eine. Ach so. Bist du denn noch zu haben, Joe? Ja. Wir zwei. Ein Wurstimperium. William und Kate aus Bad Mitterndorf. Ich hab mir das schon länger gedacht, muss ich sagen. Ach so. Herr Pfarrer ist Conchita-Fan? Die Kirche freut sich, wenn der Mensch sich zum Ausdruck bringt, sich entfaltet. Ich bin immer bestärkt, dass er das ist, was er ist. Und da sind wir froh drüber. Und stolz sogar. Halleluja! Halleluja!